Für Sie ist es der Albrecht-Dürer Airport Nürnberg. Für uns ist es ein Ort, der sich nach zu Hause anfühlt. Ein wichtiger Standortfaktor unserer Metropolregion. Ein Gateway mit Non-Stop-Verbindungen in die großen europäischen Wirtschaftsmetropolen und zu den beliebtesten Urlaubszielen. Jeder Passagier ist hier ein willkommener Gast. Unsere Leidenschaft verdanken wir der Liebe zu unserem Airport. Und das sollen Kunden, Partner und Gäste spüren. Hier werden unsere Ideen eins. Wir arbeiten als Team, in dem jeder einzigartig und unverzichtbar ist. Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen und der Umwelt ist für uns selbstverständlich. Wir leben die Faszination Luftfahrt. und möchten unsere Begeisterung mit Ihnen teilen. Wir übertreffen Erwartungen und schaffen Erlebnisse, die tagtäglich überraschen. Gemeinsam arbeiten wir daran, Ihre Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Jeden Tag. Albrecht Dürer Airport Nürnberg Entspannt abheben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich danke Ihnen. Amen.